A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Je nach Bestuhlung haben bis zu 853 Menschen in dem Doppeldeckerflugzeug Platz. Der Riesenflieger ist außerdem bei Fluggästen sehr beliebt, weil er weniger anfällig für Turbulenzen ist. Durch die Corona-Pandemie hat die Karriere des Airbus A380 bei vielen Airlines aber ein plötzliches Ende genommen. Viele der Flugzeuge wurden eingemottet. Jetzt allerdings steigen die Ticketverkäufe wieder und der A380 scheint eine zweite Chance zu bekommen. Auch bei Deutschlands größter Fluggesellschaft Lufthansa. Der erste Flug nach mehr als zwei Jahren. Der Airbus A380 mit der Kennung MyKilo macht sich vom spanischen Teruel aus auf den Weg nach Frankfurt. Kurz nach dem Beginn der Pandemie hatte Lufthansa wie auch andere Airlines das größte Passagierflugzeug der Welt aus dem Verkehr gezogen. Einige der Maschinen wurden auf dem Flugzeugparkplatz Teruel eingemottet. Eine wirkliche Perspektive hatten die Riesenflieger nicht. Denn die vier Triebwerke brauchen viel Kerosin, was hohe Kosten bedeutet, wenn die Maschine nicht voll besetzt ist. Jetzt aber ist die Kapazität von mehr als 500 Passagieren plötzlich wieder ein Vorteil. Grund für die Reaktivierung der A380 ist zum einen die Nachfrage nach Tickets, die kurzfristig und unerwartet stark zugelegt hat. Zum anderen ist es so, dass die Flugzeughersteller nicht kurzfristig Flugzeuge liefern können. Einfach einsteigen und losfliegen, das aber geht so einfach nicht. Zuerst müssen die Maschinen ausgepackt und wieder fit für den Flugbetrieb gemacht werden. Außen wie innen. José Moliné vom Technikspezialisten Tarmac Aerosafe sagt, dass zwei Jahre Tiefschlaf eine Herausforderung für die empfindliche Technik sind. Wir entfernen die Versiegelung, die Abdeckung der Triebwerke und der Landeklappen. Wir nehmen die Versiegelung der Türen wieder heraus. Das sind 2500 Stunden Arbeit für uns. 40 Leute haben damit vier Wochen lang zu tun. Richard Lenz und Matthias Spude sollen die MyKilo als erste von voraussichtlich vier A380 zurück nach Hause holen. Ein emotionaler Moment. Beide haben zu Beginn der Pandemie mehrere der Riesen-Airbusse nach Teruel geflogen. MyKilo, da bin ich wieder. Die Passagiere, sagen die beiden Flugkapitäne, lieben diesen Flugzeugtyp. Dass die A380 jetzt noch eine zweite Chance bekommt, sei aber auch für Piloten und Kabinen-Crews etwas Besonderes. Naja, hierher zu kommen, das war durchwegs eine traurige Geschichte. Ich hatte tatsächlich ein Kloß im Hals, als wir das Flugzeug hier abgestellt haben. Es war alles sehr viel, naja, fast deprimierend. Wirklich eine Friedhofsatmosphäre, so ein bisschen. Heute ist viel los hier. Es wird viel an den Flugzeugen gearbeitet. Wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die das Flugzeug hier wieder abholen. Und das ist eine tolle Stimmung hier. Damit die A380 zum Sommerflugplan täglich nach Nordamerika fliegen können, müssen jetzt noch Cockpit-Crews geschult werden. Denn nach zweieinhalb Jahren Pandemie haben bei Lufthansa nur noch zwölf Piloten eine Lizenz für den Riesenflieger. Mit Luftfahrtexperten Andreas Späth will ich über die Rückkehr der A380 sprechen. Der Riesenflieger, der anscheinend bei seinen Piloten große Emotionen auslöst. Herr Späth, 8 Airbus A380 gehören noch zur Flotte von Lufthansa. Was erhofft sich Lufthansa von der Rückkehr des Riesenfliegers? Sie hofft sich vor allen Dingen, dass sie die Nachfrage befriedigen kann, die eben jetzt wieder recht plötzlich sehr groß geworden ist nach Flugtickets. Wir haben im Moment erst letzt etwa 80 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus wieder gesehen. Und dafür reichte jetzt die noch vorhandene Flotte nicht aus. Und außerdem ist Lufthansa im Moment in einem Engpass, weil Boeing neue Maschinen, die eigentlich längst hätten da sein sollen, in großen Flugzeuge, nicht liefern kann rechtzeitig, sondern erst in drei Jahren liefern kann. Insofern ist sozusagen die A380 jetzt sehr willkommen, um diese Lücke zu überbrücken. Warum dauert das denn so lange, wir haben das im Beitrag gehört, vier Wochen, um ein A380 wieder flugfähig zu machen? Ja, das dauert ja sogar noch viel länger, weil jetzt wissen wir also noch, die Maschine ist jetzt ja die erste, ist bereits wieder in Frankfurt. Da wird sie im Moment noch gewartet und dann wird sie noch einige Wochen bis Monate nach Manila geschickt als nächstes, zur wirklich massiven und sehr tiefgehenden Überholung, muss ich eben überlegen, dass das Flugzeug hat wirklich zweieinhalb Jahre am Boden gestanden. Dafür ist ein Flugzeug ja nicht gemacht, um am Boden zu stehen, sondern es ist gemacht, um zu fliegen. Das heißt, es mussten sehr viele Systeme deaktiviert werden. Das reicht wirklich von Software bis hin zu Rudern, die blockiert waren. Reifen, die sozusagen nur ganz minimal ab und zu gedreht wurden, damit ein bisschen die Luft eben nicht, die Reifen sind nicht plattstehend sozusagen. Also das sind sehr viele Handgriffe. Vor allem muss die Maschine ja auch wieder schön aussehen. Der Passagier muss sozusagen dem Passagier das erhoffte und von Lufthansa auch sozusagen beanspruchte Flugerlebnis bieten. Deswegen ist einfach sozusagen die längere Phase einfach unumgänglich. In vier Wochen war das Minimum, um sie überhaupt wieder flugfähig zu machen und eben erst mal nach Frankfurt schicken zu können, mit ausgefahrenem Fahrwerk damals sogar. Lufthansa hat sich ja ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Bis 2030 will das Unternehmen seine CO2-Bilanz im Vergleich zum Jahr 2019 halbieren und auf nachhaltigere Flugzeuge setzen. Da passt der Kerosinfresser A380 auf den ersten Blick ja nicht ganz rein. Also zum einen ist natürlich die A380 nicht Teil der Lufthansa-Zukunftstrategie, sondern das ist halt die Boeing 777-9, das neue größte gebaute Verkehrswertzeug, was eben aber Boeing im Moment noch nicht liefern kann. Das heißt, bis dahin wird die A380 erstmal in die Lücke füllen müssen. Aber ganz ehrlich, wenn die A380 voll wird, Lufthansa hat 509 Plätze an Bord, dann ist sie durchaus auch nachhaltig, weil dann einfach der Verbrauch pro Passagier doch sehr gering ist im Vergleich zu anderen Flugzeugen, weil halt so viele Passagiere sich quasi diesen riesen Tank, das Tankvolumen an Sprit sozusagen teilen. Problem ist eben nur, wenn die Flüge halb leer sind, dann ist es in der Tat nicht nachhaltig. Und hier wird eben auch Lufthansa gefordert sein, sozusagen die Balance, auch im Verkauf der Tickets zurückzusteuern und auch die Rundenplanung der A380, dass die Maschinen möglichst voll sind. Und dann kann man sie auch durchaus noch einige Jahre auch nachhaltig betreiben. Andreas Späth, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne.